Ihr werdet hier nie mehr Leben herauskommen. Glaubt mir, da traut die Morgung eines toten Mannes. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Den Attentator durch brauche ich genauso wenig. Volle Pfeile kann ich auch dahin legen. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Nehme ich den vor. Nehme ich die Fackeln vor. So, noch das hier. Das kann ich noch hier lassen. Gurtschwert brauche ich auch nicht mehr. Bisschen Inventar sortieren. Buch, Buch, ein magisches Geschoss. Ring, Papier. Nein, die Karte brauche ich nicht. So, ähm. Damit wäre dieses geklärt. Irgendwie kriegt man dieses Ding da auch noch auf. Warte, was steht da? Poxelis Tor. Irgendrum sei Poxelis. Wahrscheinlich brauche ich seinen komischen Helm. Ab nach unten. Oh. Noch eine. Stirb. Ich hasse unsichtbare Gegner. Zwei-Händige Axt-Schaden durchs Zwölf. Naja. Lame. Ah. Jetzt kommt die Szene. Jetzt kommt sie. Grave wird jetzt wahrscheinlich dermaßen erschrecken. Eh, dreh dich. Seht ihr die Frau? Ja, seht ihr die Frau? Uh, Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut. Hilfe. Eigentlich sollte ich ja einfach nur schnurstracks weiterlaufen. Oh, ein Haufen Pflöcke. Das ist gut. Es ist gruselig. So. Nichts. Jetzt habe ich schon wieder Puls, mein Junge. noch. 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 Vorsicht. Gruselige Szene. Gruselige Szene. Da geht mal guten Gewissens hin. Dann so eine eklige Fratze. Dann so eine eklige Fratze. Nämlich kann ich zurückgehen. Stirn. Wow. Wow. Arm abgeschlagen. Ist das jetzt ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Wir wussten auf immer. Tod veräubig, Zombie. Huh. Ich habe Hunger. Ja, dann friss Käse. So. Ein Rubin. Ich habe keine Rubin dabei. Shit. Müssen wir mal ein Stack anlegen. Werkzeuge brauche ich nicht. Ne. Nach oben. Faggel. Kurz, schwer. Armbänder, Seil. Brauche ich alles nicht. Hier ist ein Stück Holz. Das kann ich sicher für irgendeinen Schalter gebrauchen. Das liegt hoffentlich nicht umsonst da. Ein Brenn, das... Kann man wieder ausmachen, aber... Ich habe die... Ich kann diesen Spruch noch nicht wirken. Moment. Schaut euch mal das Zeug da an. Die Texturen bei dem Licht. Das ist mal Bump Mapping allererster Art, ne? So. Mana Entzug, Tote Erweckung. Brauche ich beides nicht. Sorry. Oh. Oh, nein. Du sagst mir jetzt nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Ah doch, hier. So. Bisschen Schmerz. Uh, da unten sehen wir schon so ein rotes Dingens. Das schaut schon mal einfach nur gefährlich aus. Kommt da noch mal Raum? Kommt da noch. Ich bin ein Schweres. Komm mir. Äh, komm. Was war? Nee, nee, den anderen hier. Upp. Da gehe ich nicht rein, bevor ich nicht gespeichert habe. Denn wer weiß, was die Krypte wieder für uns auf Lager hat. Ah, seht ihr dieses Ding? Da habe ich euch doch diese Abdeckung gezeigt. Da gehört es drauf. Da steht sicher auch, was er versteckt hat. Ich kann Poxelis Grab nicht erreichen. Das Rätsel des Wachmachs, der den Leichenwagen bewacht, ist zu schwer für mich. Ich überlasse Poxelis Schatz einem anderen mir. Ja, warum nehme ich das eigentlich wahr? Ähm, Sammlerwahn, weißt du? Purer Sammlerwahn. Ähm, nichts, nichts. Und ein Schlüssel. Wahrscheinlich für gegenüber. Was steht da? Die Verdammten erwarten ihren Meister, um das Tor aufzustoßen. Ui, ui, ui. Das klingt gefährlich, wie immer. Ruhig. Kommt näher. Kommt näher und hört mir gut zu. Habt keine Angst, Reisender. Ich werde euch nichts tun. Ich benötige eure Hilfe und wäre euch ewig dankbar dafür. Im Leben war ich eine wichtige und einflussreiche Person. Und ich wurde ermordet. Ich habe den Mann gesehen, der es getan hat. Aber ich weiß nicht, warum er es tat. Jetzt verlange ich Gerechtigkeit, da ich dazu verdammt bin, auf Erden zu wandeln, bis mein Tod gerecht ist. Wer ist euer Mörder? Was genau soll ich für euch tun? Es ist ein Mann mit nur einem Auge. Jemand muss ihm aufgetragen haben, es zu tun. Überbringt den Namen meines Mörders den Mächtigen von Arx, damit ich in Frieden ruhen kann. Wer seid ihr? Vielleicht sollt ihr das erfahren, wenn der Moment gekommen ist. Zuerst müsst ihr mir helfen. Finde die Menschen, die für meinen Tod verantwortlich sind. Ich finde es sehr lustig, dass der Amshagar plötzlich so kooperativ ist. So, reiche meinen Tod. Okay. Einfach ohne irgendwelche Fragen zu stellen, sagt er okay. Troll. Ja, wer ist das? Das ist, soweit ich weiß, die verstorbene Königin. Oder, naja, ermordete Königin, ne? Lame strong, kann immer gut sein. So. Ähm, ja. Und dieser Einäugige, das war der Typ da, wo ich am Anfang leider den Dialog rausgeschnitten hab, der uns irgendwas über die Gilde der Reisenden erzählt hat. So. Fail. Was für eine lame Falle. Äh, doch nicht ganz, aber... Was muss ich denn jetzt noch machen? Hier drüben auch irgendeinen Schalter umlegen. Dein Schalter. Ich werde da nicht drüber schweben. Das kannst du knicken. Hm. Oh, bitte nicht. Gibt's da vielleicht doch noch einen zweiten Schalter? Schalter 1, Schalter 0. Oh, immer diese komplizierten Reiseln. Ich mach mal Licht an, ne? Hm. Was heißt kompliziert? Kann dieses Versteckspielen... ...merk Versteckspielen nicht. Zumindest nicht im gruseligen Spielen. Okay, ich hab was gefunden. Objektverzaubern. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm. Ich hänge. Hm. Hm. Die brauchen wir nämlich, um unser Schwert zu verzaubern. Wir könnten es zwar auch von den Schlangenfrauen verzaubern lassen. Allerdings wird dann aus irgendeinem Grund der Außenposten von der komischen Königstochter überfallen. Und, ähm, ja. Bevor wir das Eifer zaubern, oder, ja, bevor das Eifer, äh, also das Schwert mit dem Eifer zaubern, müssen wir diesen Quest, den wir hier jetzt gerade bekommen haben, abgeschlossen haben. Dann gibt's nämlich ein super happy end, irgendwie. Oder zumindest eine super happy Szene. Andernfalls wird halt der komische Unterschlupf überfallen. Allerdings frag ich mich, wie ich weiterkomme. Och, schrecklich. Geh, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, um das Tor aufzustoßen. Ich stoße dir gleich ein Tor auf. Nichts. Hier. Nichts. 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 Der Typ. Nichts. Nichts. Und auch nichts. Ähm, ja. ähm, ne da ist die Platte es gibt also Platten dafür das heißt man muss sie auch irgendwie auslösen können hab ich da oben vielleicht irgendwo einen Schalter verpasst nö 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 boah, das ist immer so eine Sucherei Suchereien sind blöde kann ich das hier irgendwie anklicken nein nichts ebenso nichts und der war nur dafür da um die Tür wieder aufzumachen ähm ja, bevor ich jetzt hier noch länger rum schaue ich einfach mal kurz in die Lösung ja? bis gleich